Die halten nicht so viel aus, das gefällt mir ganz gut. Ah, ich hab's doch gewusst. Toll, der wirft mit irgendwas. Oder schießt mit irgendwas. Ah, toll. Ja, genau. Au, nach der Rolle direkt im Licht, das ist klar. So. Okay, da ist nischt. Und drüben ist auch nix mehr. Würde ich sagen. Alter, das ist ne Mimik. Also erstmal ist es ne Mimik und zweitens, alter was? Mob enemy, äh, der ja. Ein Crystal Lizard. Alter. Okay, super. Den haben wir. Sehr gut. Ein Estus-Shard. Sehr, sehr fein. Irgendwo ist der Crystal-Isid. Alter, drei von denen. Ja, leck mich doch. Kommen die jetzt wirklich hier lange laufen? Nee, doch nicht. Ich kann einen davon vielleicht anlocken. Den da zum Beispiel. Oh, da kommen alle. Vier sogar. Oder fünf. Ich kann auch schießen. So, wenn wir jetzt so kämpfen, dann ist es so. Den hat es zerlegt. Und die anderen? Wollen die mitmachen? Ach, da ist ja noch einer, der so schießt. Toll. Wie, der hat nicht getroffen. Nehmen wir einen Estus-Shard. Jetzt Estus-Shard. Und nochmal Estus-Shard, oder? Jawoll. Und nochmal. Nee, doch nicht. Aber jetzt Estus-Shard. Jetzt war die Schulter. Das war ein Estus-Shard, okay. Dann muss ich mich halt echt nochmal heilen. Ich weiß nicht, ob da noch einer. Der hat keine Armputzung mehr. Das sind einfach vier Gegner, Mann. Hm. Den haben wir. Der chillt jetzt da sein Leben oder was? So, den haben wir auch. Was ist dein Problem, ne? Komm zurück! Komm zurück! Ja, komm, mach mal hin, lauf mal schneller. Okay, danke. Der hat auch nur Kacke dabei, super. Okay. Die Tür geht nicht auf. Lässt sich doch nicht aufschlagen. Irgendwas super böses, schreit da. Irgendwas extrem böses, schreit da. Hier kann ich nur runterfallen, okay. Halt die Schnauze, danke, ciao. So. Ich weiß nie, was schreit und was nicht schreit. Die kann man nur runterfallen, okay. Dann nehme ich die Leiter da hinten. Kein Problem. Alle, alle! Alle, alle! Das war abrandalliert, ne? So. Noch zwei, noch zwei Flasks und ein Schad. Das heißt, wir können uns, wir können uns dann zehn und eins machen, also elf Flasks insgesamt. Ach, was zum Teufel ist das denn, ey? Ein Riese. Ah, sauber. Ich glaube, der ist uns nicht wohlgesungen. Da war ich doch. Alter. Boah, das weckt den nicht mehr auf. Ach doch, Hatcher weckt den noch auf, okay. Boah, alter. Der kriegt ja gar kein Damage. Der kriegt ja gar kein Damage von meinen Pfeilen. Also es ist witzig, wie der Kopf sich bewegt. Ich hab da noch einen. Das ist halt ehrlich gesagt nicht, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Ganz ehrlich. Wenn der mal zuhaut, ist halt vorbei, ne? Hau doch mal zu jetzt, komm. Mach mal. Oh, okay. Ja, okay. Boah, das erwischt uns noch, ja. Na klar. Wieso, aus dem Grund möchte ich den eigentlich nicht so attackieren. Wir waren 10 Meter von dieser scheiß Hand weg und es macht noch Damage, ey. Es ist so lächerlich. Fickt euch doch, ey. Es ist so lächerlich, dass es da noch Damage macht, man. Ich bin einfach nur selbst dran schuld, dass ich da noch unbedingt den Eason killen wollte mit meinen 36.000 Seelen. Hier ist ja irgendwas Schleimiges noch. Das muss unten sein. So to speak, try Jock. Naja, ich könnte es probieren, hier mal runter... Ja, komm. Okay, die sind alle... Die machen nix. Ja, genau. Genau. Danke, wenigstens ist er gestorben. Alter. Das sind jetzt... Das sind jetzt die Schleims an uns, die halt jetzt so die Geräusche machen. Ich glaube, da ist nix drin, aber ich möchte es nicht heraufbesperren. Du kotzt mich nicht nochmal an. Also nicht nochmal, aber du warst das ja noch nicht, aber... Hier ist... Hier ist nix. Der hab ich doch direkt gesehen. Der auch. Da, zack. Tot. Gibt ein paar Seelen. Nicht wirklich viel, aber gut. Ich heil mich jetzt nochmal. So, jetzt sind die jetzt im Glück weg. Nein, ach fuck! Oh, ich dachte, ich könnte die noch aufhalten. Scheiße. Na, wenigstens gab es kein Bleeding, ey. Zum Glück. Ach so, jetzt sind wir hier. Ach so, jetzt sind wir hier. Ich verstehe. Jetzt sind wir hier. Okay. Okay. Was heißt? Das ist dieser... Ach, das ist dieser... Das ist dieser... Ganze Nebel. Das ist dieser ganze Nebel, den die da freisetzen und der macht dann eine Lebensenergie halt so zunichte. Ich höre schon, wie er Crystal Lizard. Hier kann ich nirgends runterfallen, ne? Ne, hier geht's nirgends runter. Wer hat da jetzt mit den... Qualmling gemacht? Okay, weißt du was? Ich muss da durch. Oh, zack. Okay, das haben wir auch. Das haben wir auch. Das ist cool. Wenn man mal genau guckt, man sieht, dass die auch so einen Helm aufhaben. Wie die anderen. Oh, toll. Ich habe vergessen, dass die ja so auskosten. Wenn die jetzt sich jetzt drehen, sieht man, dass die auch so einen Helm aufhaben. Siehst du da. Ach. Nein, es ist auch egal. Ähm, okay. Das heißt, von der Seite... Kommen wir... Also, wenn wir hier runterspringen, bringt es uns nichts. So, die... Ach, zum Glück, ey. Zum Glück ist die nicht mehr wach. Okay. Das heißt, da müssen wir nicht mehr runterspringen. Jetzt alles erfolgreich erledigt. Ach, ich starte gerade. Ach, nee, da. Das war... Ach, das war Kotze. Ach, Alter. Das war einfach Kotze. Okay, dieser Quall hört erst auf, wenn die halt tot sind. Oder wenn er abgekriegen ist. Ich verstehe. Okay, gut. Hier müssen wir ja nicht mehr lang. Wir können ja hier durch. Wir könnten hier nochmal runter droppen. Einfach so aus Spaß. Und das ist diese Stelle hier. Okay. Dann kommen wir doch... Ah, siehst du mal. Hat's nicht gelohnt. Ah, die Türen bleiben auf. Ich verstehe. Ich brauche, irgendwas Dummes passiert. Irgendwie noch in der Wand. Krass. So, okay. Hier könnten wir dann einfach durchrennen. Eventuell. Ich möchte jetzt auf jeden Fall aber erstmal... meine Sä... meine Söhlen zurückholen. Kohlen. Zack. 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 Tot. Ist das ein guter Job? Nee. Zack. Zack. Und... Okay, da ist es gut. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Die haben wir auch. Irrethal Dungeon. Was ein Motherfucker für ein Level, ey. So, das ist eine Mimic. Be wary of chest. Mob Elmi Head. Das haben wir auch im Feld schon festgestellt. Hier riecht es einfach immer noch nach Crystal Lizard. Wenn wir hier... Ah. Das ist ein Schädel. Glück gehabt. Glück gehabt. Nein. Da kommt sogar hier rein. Cool. Ach, scheiße. Ich bin nicht aufgepasst. So, zack, zack. Die haben anscheinend keine... Oh! Oh, Alter! Oh, was denn? Alter, normal. Weißt du, die ganze Zeit... Die ganze Zeit schlagen die so ganz langsam nur und holen so eben ewig aus und dann kommt so ein schneller Schlag einmal, ja? So. Und auch wenn ich es gern probieren würde, ich habe keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, ihm hier auf den Kopf zu springen. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. Komm. Äh. Was passiert denn, wenn wir... Oh. So die Scheiße. Gut, wir brauchen aber jetzt gerade kein Bleeding. Das heißt, wir ziehen mal... Sellsort aus und ziehen mal das da an. Bei 65. Und das tausend mal bei 72. Alter, ist das schwer. Ähm. Lothric Nighthallen wechseln wir mal zu... Sellsort-Hellen. Komm Scheiß drauf. So. Das war nicht sein Kopf, wie gewünscht. Wie gewünscht. Das war leider nicht sein Kopf. Das wollte ich eigentlich jetzt auch nicht machen. Das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich... Den starken Stoß machen. Es ist echt ein bisschen lame, so zu kämpfen. Aber ich... Ich kann mir nicht anders helfen gerade. Hm, toll. Alter, der bekommt ja gar kein Damage. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Ich komme mir gerade nicht klar auf den. Hier oben. Man unten könnte man vielleicht kriegen. Aber hier weiß ich halt echt nicht. Also es ist auch geil mit der... Also ich finde es echt cool, dass hier auch der... Der Käfig dann wackelt, wenn der dagegen läuft. Alter, hält der viel aus, ey. So, mal gucken. Das wird ein ewiger Kampf, ey. Nein, nach Scheiße. Hey, willst du wieder schlafen gehen, oder was? Und gerade... Wir haben ja noch nicht mal angefangen. So. Ja, komm, mach doch mal jetzt. Machen wir mal weiter jetzt. Hallo. Alter, wie lächerlich. So. Ja, komm, jetzt mach weiter. Hallo. Das war blöd. So, das kriegen wir auch nicht mehr. Komm, jetzt machen wir mal weiter hier. Wir sind nicht fertig. Du musst sterben. Hörst du es? Du musst sterben. Zack, okay. Denn da kriegen wir es nicht. Mal vielleicht... Vielleicht mit dem kleinen Schwert. Vielleicht kriegen wir es mit dem kleinen Schwert eher. Mach halt nochmal deinen anderen Schlag. Nicht den. Genau den meine ich. Genau. Das ist so lächerlich, was eine Range das hat, ey. Okay. So klappt das halt. Wir müssen halt den Schlag abwarten. Das weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Alles andere macht halt extrem viel Damage. So. An zweit kriegen wir nicht. Lalalala. 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 Am zweiten kriegen wir dann hin. Müssen aber bald Platz sein. Oh, das war knapp. Ah, der ist schon über der Hälfte wahrscheinlich. Ich sehe gerade keinen Lebensbalken, leider. So. Ja, komm jetzt. Hier. Mach mal hin. Falscher Schlag, Kollege. Falscher Schlag. Es ist so lächerlich einfach. Diese Range. Weißt du was? Ich probiere es jetzt mal. Auf dem Lothric-Schwert. Vielleicht klappt es ja dann doch besser. Moment zwei Schläge. Ja. Die Lothric-Schwert.